Die werden das ganze System in den Kollaps bringen, das ist ganz klar. Wer glaubt, dass man in irgendeinem Sonderweg hier irgendetwas bewirken kann und langfristig Wohlstand erzeugen kann, der irrt. Vielleicht so in 10 Jahren, vielleicht in 15 Jahren, aber dort sehe ich einen hundertprozentigen Staatsbankrott. Zum Mitschreiben, die Rente ist sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihren Internal Value. Sie investieren, der Rohstoffverwalter, die Swiss Welles Management AG, kauft in Ihren Auftrag die Rohstoffe ein. Eine alte Kaufmannsregel besagt, der größte Gewinn liegt im Einkauf. Da der Rohstoffverwalter die Rohstoffe mindestens in Kilogrößen einkauft, bedeutet das im Vergleich zum Gramm-Einkauf einen Sofortgewinn von bis zu 40% für Sie. Silber, Platin, Palladium werden in Ihrem Auftrag in Freihandelszonen gekauft, gelagert und wieder verkauft. Dies bedeutet einen weiteren Vorteil von 19% mehr für Sie. Ihre Wertrohstoffe werden für Sie in Hochsicherheitstresoren und Freihandelszonen sicher und versichert eingelagert. Die Bestände werden jährlich vom Wirtschaftsprüfer kontrolliert und testiert. Daraufhin erhalten Sie Ihren jährlichen Rohstoffdepot-Kontoauszug, an dem Sie Ihren Wertzuwachs nachvollziehen können. Alle Wertrohstoffe gehören rechtlich Ihnen. Es ist Sondervermögen. Wie Wertgegenstände in einem Bankschließfach. Die Wertrohstoffe können jederzeit verkauft oder woanders eingelagert werden. Wenn Sie Geld benötigen, geben Sie dem Rohstoffverwalter eine Verkaufsorder. Der verkauft in Ihren Auftrag und dieses wird Ihrem Konto gutgeschrieben. Waren die Wertrohstoffe länger als 12 Monate im Depot, ist der Verkaufserlös komplett steuerfrei. Dies bedeutet im Gegensatz zu anderen Anlagen, die mit 25% Abgeltungssteuer belegt werden, einen weiteren Vorteil von 25% für Sie. Auf Ihren Wunsch hin können Sie sich Ihr Vermögen in Dollar, Yen, Schweizer Franken oder Euro auszahlen lassen. Wenn Sie wünschen, liefern wir Ihre Goldbauern auch direkt versichert zu Ihnen nach Hause. Begrüßung 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 Untertitelung des ZDF, 2020